Die Mutter wollte der Frau auch da sehr gut verschaffen. Die Faul ist uns für den Baum. Guck mal, kannst du mal, geht da rein, die Bäume, die kriege Bäume. Bacht sie in den Brunnen und sprang wieder her. Als sie dach wurde, legt sie an den bittenden Back-Opien- und Apfelbaum vorbei, ohne zu helfen, und kam zu Frau Holle. Am ersten Tag machte sie alles so, wie Frau Holle wünschte, da sie an das viele Gold dachte. Am zweiten Tag fing sie schon zu faulenzen an, und am dritten wollte sie nicht einmal mehr aufstehen. Frau Holle schickte sie als der nach Hause. Sie dachte, nun erhielt sie auf den Gold. Aber das ist ein Rund, 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 das ist ein Rund. Frau Holle ist wiederum. Das Tach aber blieb fest angehängt, und heute, solange sie lebte, gar nicht mehr abgehen. Guck mal, guck mal, diese liegen so, eine Geschichte, er sagt eine Geschichte, Geschichte. Komm, hier, guck mal, ein Prinzesschen. Guck mal, was machen Sie? Guck mal, Prinzesschen, guck mal, lass sie die Prinzesschen. Guck mal, eine Poppet. Guck mal. Guck mal, guck mal. Sie dacht Weihnachtlich auch, wenn du geschenkst. Geschenke, geschenke, geschenke. Geschenke ist besser als kai. Guck mal, guck mal, guck mal. Wow, das ist cool. So, willst du hier ein Gesicht machen? Zurücksitzen? Dann gehen wir. Erst mal Gesicht gucken, und danach. Okay? Was ist? Guck mal. Guck mal, hier ist eine Rotkäppchen. Rotkäppchen aber rüttete sich und ging einfach weiter. Dann erzählte es der Großmutter, dass es dem Wolf begegnet wäre, der ihm Tag gewünscht hat. Aber der habe so große Aufmerksamkeit. Wenn es nicht auf offener Straße gewesen wäre, hätte er mich gefressen. Komm, und es in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter merkte, dass der Wolf vorhatte. Vor dem Haus stand ein großer Stein. Und sagte, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Aufstehen. Untertitelung im��자. Ich habe einen Kalkulator gelegt. Da bin ich aber gespannt. Das ist aber ein schönes Lied. Das ist so italienisch. Das ist wie in Renedig. Ich habe es mir erfahren. Das ist ein schönes Lied. Ja, ein wicke! Was willst du? Machen Sie? Und das ist von Paris. Das ist einあっzeichen. Das ist ein Kauppel. Ich gehe mit dem Aufbau. Das ist ein Kauppel. Ich gehe mit einem Kauppel. Das ist ein Kauppel. Das ist ein Kauppel. Das ist ein Kauppel. Wir haben schon. Was ist das? Es ist eine große Herausforderung, die wir hier sind, weil wir hier sind, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. ich hab das mal ganz mal in mir an hop in mir weiter So, eine Runde. Ja. Nee, Papier ist eine Runde. So, 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 eine Runde.